um 4 und da hab ich den noch Nein, so geht's nicht Sollte was du wünscht Nein Nein Es werden doch da Ach nicht, geht es nicht Aber so muss es gehen oder So und so Nein, geht es auch nicht Ach Puh 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 So So Nein Wenn ich den so Nein, geht auch nicht Das geht auch nicht Das geht auch nicht Nein Hier 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 Und hier Dann sind die beiden nicht miteinander drin Wenn ich den jetzt so mache Und so habe ich die drin Aber der hier nicht Ich muss auf jeden Fall den irgendwie verschieben Wenn ich das jetzt so mache Nein, geht auch nicht Ich wollte gerade sagen So Dann habe ich den wieder nicht mit drin Uhhh Wieder an der Stehnoten Und so nimmt das ja nicht an Nein So muss hier irgendwo die Verbindung mit sein Wo ich aber den hier mit abdecke Und die müssen irgendwie abdeckt sein So geht es auch nicht So geht es auch nicht So geht es auch nicht Ah Ist echt nicht so einfach ich bin gerade echt überlegen ich bin gerade echt es ist schwierig wenn ich so still bin und bin überlegen ich kann gerade auf keine Idee auf gar keine Idee der schräge den kann ich hinlegen wie er will der muss aber gerade sein muss da mit drin sein ne so gehts auch nicht auch so gehts nein geht so nicht oder es geht zwar gehen aber ich komme nicht hin sie hat mir das so vorgestellt und dann kommen wir zum ausgang aber dann ist es gehen dann hat man hier die 3er und oben haben wir den 4er das würde gehen wenn ich da wieder hinkomme oben ich könnte zwar hier so entlang fahren aber dann habe ich immer noch rechts und links das Problem ja ich weiß das sieht halt so gut passen aber da passt mir der einfach nicht mit dann hat man hier die 4er und da den 3er aber der will nicht ich weiß nicht wie ich den mit reinkriege und wenn ich so mache dann sagt er zwar ja aber die sind hier nicht miteinander verbunden das gleiche spiel hier dann sagt er zwar die passen aber die beiden sind nicht zusammen ich schaue mich mal um was sonst noch hier so gibt das ist der hier wir schalten jetzt mal das ding da drüben nochmal an und dann müssen wir hier unter sprinten wo müssen wir hin da oben da hat es hier zwei stücke wo ich einfach nicht durchblick gerade ach die tür geht auf super da bin ich noch weit entfernt noch sehr sehr weit entfernt vielleicht dreht sie hier oben auch irgendwas ich sehe den ausgang nicht oh ne das war falsch sorry hä super gut ah ok test ok wow mein winkel ist gerade ausgefallen ich brauche wirklich mal ein neues hä wo geht das hin sind die plattformen ja gut das muss ich hier noch schaffen ich komme da hinten rüber der geht keine ahnung wohin da komme ich auch noch nicht rein äh falsche richtung falsche richtung falsche richtung falsche richtung hier oben komme ich deswegen noch nicht weiter so ist langweilig fenn blä 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 okay blä 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 So geht's nicht, wie wir den. So geht's auch nicht. Aber so muss es auch gehen, oder? Nee, der müsste getrennt sein. Äh. 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 Nein. Ich sehe es gerade nicht genau, was das hier sind. Sie dürfen nicht mit schwarz zusammen sein. Und sie dürfen nicht mit weiß zusammen sein. Doch mit weiß zusammen sein. Okay. Äh. Was bist du?